Deine Eltern müssen durch den Riss geschlüpft sein. Was für ein Riss? Nein, er darf es nicht davon. Ein Loch in der unsichtbaren Wand zwischen uns und der Trollwelt. Du willst mir erklären, unsere Welt ist eine Brotscheibe und die Trolle leben auf der Unterseite? Genau, richtig. Die Unterseite nennt man Kehrwelt. Auf einem Regenbogen spazieren, östlich der Sonne und westlich vom Mond. Ich kenne mich da aus. Das ist so. Mehr, mehr, viel, viel mehr, mehr. Ich will mehr, ich will mehr und noch mehr. Mehr, mehr, er will mehr, mehr, er will mehr, er will mehr, er will mehr, er will mehr, sie wollen mehr, ja, wollen mehr, sie wollen mehr. Vielleicht hat sie der Klimawandel sichtbar gemacht. Ich glaube nicht an den Klimawandel. Der Staat bin ich. Ich will die Welt retten. Ähm, und warum? Weil ich als Mutter versagt habe. Bin ein Webbandit und ich bin nicht zu packen, bin wie Dynamit, den Kuh kann ich knacken. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Es ist gefährlich. Du musst genau tun, was ich dir sage. Und dann werde ich... Das ist furchtbar. Was ist furchtbar daran, mein Treu zu sein? Halt mich fest an der Hand, komm mit mir, sei gestatt. Du musst ganz schliesslich doch, uns Wunsch wird wirklich kass. Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020